Hey, Bart, was ist denn hier los? Mom, ich hab mir schon gedacht, dass du unser Gespräch heute Nachmittag vergessen würdest. Deshalb hab ich es auch vorsichtshalber mitgeschnitten. Was für ein Gespräch denn? Mom, darf Otto in unserer Garage wohnen, solange er will? Aber sicher doch! Bart, was soll denn das heißen? Das ist doch nicht meine Stimme. Ach, das sagen Sie doch alle, wenn Sie Ihre Stimme auf dem Tonbad hören.